wenigstens macht mir der nicht so viel mühe und du bist auch weg jetzt wieder die beiden hier unten jetzt hätte ich fast beide angelockt das wäre jetzt ärgerlich gewesen natürlich kommen sie doch einzeln ja musste mich ja nochmal treffen lassen so selbe spiel wie gerade eben runter hier da folgen sie mir nicht und aufhinden die gedenken von sir alune vielleicht probiere ich es mal lieber mit leichten angriffen die verbrauchen nicht so viel ausdauer wie schwere wo dass ich dem ausweichen konnte war war gut dem war nichts so gut das war wieder besser und ja wenn mir die gelegenheit geboten wird zu trinken wie jetzt gerade eben dann trinke ich lieber ja er hat halt die möglichkeit auch genau das meinte ich vorhin mich gut festzunageln und zu töten vielleicht sollte ich mir doch einen npc oder den pc sogar holen weil ich möchte euch jetzt nicht noch länger damit langweilen ich langweilen euch jetzt schon seit 50 minuten damit gucken wir mal was es so im angebot gibt gerade vor allem weil ich keine lust habe mich wieder ständig durch gedeih und verderbt durchzumoschen versuchen wir es mal mit ihr sie sieht gut gepanzert aus durch sie wird halt sir alune auch ein bisschen schwieriger und seine mannequins ebenso zumal sie lieber rumsteht als mir zu helfen außer man macht sie blöd an das scheint sie nicht ab zu können au mhm merkt irgendjemand dass es leichter geworden ist oh auf dich habe ich vergessen also ich merke bis jetzt nicht dass es einfacher geworden ist ihr zumal sie die meiste zeit eh irgendwie hin und her rennt bleib in meiner nähe dann heil ich dich mal die kann trinken das ist praktisch was auch immer das gerade war ja ja backstab ist irgendwie nicht mehr so dem bin ich los der sprung war etwas sag bloß du springst hier nicht runter doch tut sie so dann warten wir mal ab dass der gegner hier kommt okay das war etwas fies aber es hat geklappt so der ist auch weg und jetzt wieder durch die jungs hier durch das schafft sie nur bedingt gut scheint mir nein sie stirbt gerade auch gut oder auch nicht irgendwie hat sie es durch geschafft oh einer schießt hier in den rücken das ist nicht so nett so jetzt halt sie sich nochmal normal weil der andere immer noch ständig in den rücken schießt so jetzt gucken wir mal wie stark sir alone mit bot äh mpc ist bis jetzt konzentriert er sich halt ständig auf uns also bis jetzt merke ich leider nicht dass sie mir was bringt außer ein kugelfang zu sein ouch so ich wechsle mal ganz schnell den ring weil ich habe das gefühl die sterbt gleich aber so kann ich wenigstens meine seelen behalten bei sir alone wird leider nicht dadurch leichter dass sie weg ist genau ring des seelenhals beschädigt also mit npc klappt das überhaupt nicht aber wir haben schon mal die seelen gerettet die wir jetzt ausgeben können so also wieder auf schlangen ring mal schon da den ring reparieren die seelen ausgeben oder versuchen wir es einfach nur wieder alleine weil ihr seht ja mit einem bot klappt es überhaupt nicht reparieren egal was für sie den falschen angelegt können wir irgendwas verstärken das wäre vielleicht mal die idee einfach die brustrüstung auf maximum aufzupumpen dass wir noch weniger schaden nehmen und jetzt die restlichen seelen investieren in vitalität und eigentlich in anpassung um unsere beweglichkeit zu steigern und die giftresistenz noch etwas zu steigern ja tut mir leid dass ich euch jetzt wirklich mit einem und demselben boss fight jetzt die ganze aufnummer session bisher schon gelangweilt habe ich hoffe mal nicht danke so jedenfalls haben wir jetzt keine seelen mehr um die wir uns sorgen machen müssen und können wieder hier hin zurückkehren dummdi dumm menschlich sind wir ja scheinbar noch also falls ich einen spieler jetzt gleich finde dort dann nehme ich den mit weil ein spieler stellt sich nicht so doof an wie so ein mpc aber leider sehe ich keinen spieler hier und ja das hier ist einer der koop beschwörungsräume falls ihr es noch nicht gemerkt habt also wenn ich im anfangsgebiet noch vor dem tor wo ich aufschließen musste mein rufsymbol hinterlasse dann lande ich hier also da kann ich hier beschworen werden das zeige ich euch aber bei der nächsten aufnahme session wahrscheinlich erst au das war au fängt ja schon mal wieder gut an jetzt du weg gut gut das war gemein von dir aber wir können dich trotzdem töten jetzt wieder du weg weg warum habe ich das gefühl dass ich mich auf einmal träger bewege so weg mit dir schlag ruhig zu dass wir dich schnell auslöschen können dass wir die dort in als direkt ihr dass ihr breng geht bis